Bei IP-Verbindungen werden die Datenpakete ungesichert übermittelt. Dabei kann es passieren, dass ein Datenpaket im Router verloren geht. Oder es wird das gleiche Datenpaket vom Sender zweimal nacheinander losgeschickt. Jeder Router entscheidet für jedes Paket, welche Route benutzt werden soll. Es kann geschehen, dass die Pakete über verschiedene Routen zum Empfänger gelangen und dabei ein Datenpaket ein anderes überholt. So können die Datenpakete in einer verkehrten Reihenfolge beim Empfänger ankommen. In diesem Beispiel geht auch das letzte Datenpaket in einem Router verloren. Es kommt eine unvollständige und ungeordnete Datenfolge beim Empfänger an.